Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zockerhandy. Wir spielen heute wieder Blue Tower Defaults Firm und wir spielen heute wieder eine neue Map und zwar das Kürbisfeld. Wir fangen mal an auf Easy und werden ein paar Bluts in den Arsch treten. Da haben wir sogar einen schönen Swimming Pool hier. So, ich glaube wir brauchen nicht schauen wo die Strecke geht, obwohl ich sie nicht kenne, das ist relativ easy zu schaffen. Hier wären wir, ah ok, wir können nur da in der Mitte, aber das reicht ja eigentlich. Wie machen wir denn das, wir machen das, wir könnten das hier machen. Oder hier, das ist die Frage. Oder hier. Wir machen es hier. Oder hier. Ich kann mich nicht entscheiden. Scheiße, wir machen es hier Leute. Da kann er am meisten rumsprayen. Und wir fangen an mit der Wave 1 von 50. Da kommen die Bluts. Und nebenbei, während ich die Waves jetzt ein bisschen durchraschen lasse, denn am Anfang kann man die ein bisschen raschen lassen, nochmal die Ankündigung. Ich werde, ähm, mit einem Android Emulator, nämlich den Blue Stacks, werde ich Bloons Monkey Town. Let's play. Wer das nicht kennt, das ist so eine Art, ja, ein bisschen Städte Simulation ist jetzt das falsche Wort. Wir müssen halt Häuser bauen, die in Form für Monkey stehen, dass man die überhaupt benutzen kann. Wir müssen leveln, forschen, Gebiete erobern, was wir machen, indem wir die Bloons angreifen und verteidigen. Da kommt dann so ein Spiel wie hier raus, das wird immer schwieriger. Und ja, es ist ein gutes Mobile Game und wir werden jetzt mit dem Blue Stacks Emulator, mit dem Android Emulator Let's Play. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ich lade euch herzlich ein, dabei zu sein. Das wird sicher ein Spaß für jeden Bloons Fan. Ich liebe Bloons, also auch beim Let's Play werde ich da meinen Spaß haben wie Sau. Und ja, wir müssen mal schauen, wie das so funktioniert. Wave 7. So, hier kommen wir ganz kurz klar. Ups, wir können das schon bauen, das habe ich ganz übersehen. Wo setzt man denn die hin eigentlich? Jetzt muss ich mal gucken. Wie ist denn der beste Platz hier vielleicht? Eigentlich will ich es mehr hier haben. Wir setzen das hier hin. Weil dann bin ich nicht weit von den Stacheln hier weg. Wenn wir die dann brauchen. So, da la. Wave 8. Kann man das upgraden. Wave 9. Und Wave 10. Locker, zackig, flockig geht das. Was kostet der hier auf? Easy. 13,60. Okay. 10.000 Blue Bloons, aber das gibt nur Kohle. Da kommen wir damit klar, denke ich mal. Noch ein bisschen langsamer zur Not. Jawohl, geht sicher aus. Wave 11. So, wir werden jetzt aber trotzdem nochmal vorher das hier kaufen. Und Wave 12. Wave 13. Da kommt ein Haufen, da werden wir wahrscheinlich auch nachlegen müssen. Das wird nicht anders gehen. Aber kein Problem. Wir haben es ja sozusagen. Ich bin schon mal ready hier. Zack. Das geht sich schön aus. Noch eine. Nagelding. Das geht sich dann wunderbar aus. Jawohl. Super. So, 13,50. Oh. Wegen 10. Kommt. Das ist doch. Wegen 10 lausigen Dollars. So. Wo gehen wir denn jetzt hin? Jetzt muss ich aufpassen. Wir bräuchten zwei so Farmen. Ich würde sagen, wir geben das hier hin. Andererseits hier. Wir geben es auf die Seite. Möglichst in die Mitte hier. So. Die steht jetzt natürlich beschissen, aber was solls. Und dann können wir hier überall Tower hin, dass die in diesem Bereich drin sind. So. Das haben wir. Jetzt brauchen wir aber wieder meinen Tower. Beziehungsweise überhaupt noch meinen Tower. Wir nehmen das da oben. Und den upgraden wir auch gleich. Schauen wir mal. Nochmal upgraden. So. Dass der ein bisschen was erwischt da oben. So. Wave 16, Leute. Wave 16. Wave 16. Wave 18. Geht ganz cool voran hier. Wir müssen dann was gegen die Stahlblunts machen. Wave 19. Wave 20. Schwarze. Muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Na, es geht, es geht. Wave 21. So. Können wir den da machen. Und als nächster wieder die Tower. Wave 21 einmal. So. Dann rustet man den da mal auf. Das ist eh alles in der Range. Nur diese Bananenfabrik da nicht. Aber ist schon okay. So. Wave 23. Und der eine Camonflug hier. Und der eine Camonflug hier. Und der eine Camonflug hier. Wave 25. So. Jetzt haben wir den da auf Max. Wave 26. Dann nehmen wir noch einen Klebetower. Den werden wir hier hin. Jawohl, da steht er gut. Der soll auf den stärksten gehen. Wir werden jetzt das linke Upgrade mal nehmen. Dass ihr das auch seht. Der macht richtig gut auch Damage. Zuerst doppelt. Und beim ultimativen beim Tier 4 macht er 10 Schaden pro Sekunde. Da haut er richtig gut rein. So. Wave 28. Wave 29. Wave 30. Wave 31. Es geht zackig voll ran hier. So. Jetzt kann man den da upgraden. Das ist die auch die Camonflugs angreifen. Wave 32. Haut super hin. Wave 33. Wave 34. Geht wunderbar voran hier. Also ich glaub den Sieg, den haben wir locker in der Tasche. Das werden wir hinkriegen. Wave 35. Wave 36. Wave 37. Wave 37. Wave 38. Wave 39. Und Wave 39. Ja, die blocken jetzt schon 2 mal pro Sekunde. Und bei dem ultimativen hier 10 mal pro Sekunde. Also da wird alles weggekaut. Wave 40. Wave 41. Wave 41. Geht schön voran. So, für den Boss können wir dann noch was organisieren, weil sonst werden wir da eine auf den Latz kriegen. Wave 42. Wave 43. So, wir nehmen das einmal. Wave 44. Wave 45. So, nächste Runde kommt der Boss, da müssen wir irgendwas für den machen, sonst wird es ganz schwierig. Wir werden da auch, ich weiß schon was nehmen, eine zweite Nagel Factory und zwar die rechte Seite hier für den Boss, dann haben wir das da zum verwenden und diese Nägel sind speziell für Bosse. Die spießen die auf, wenn nichts. Seht ihr wie schnell der down geht, bloß zugekleistert ist er auch noch. Wave 47. Subgrid hier haben wir noch gar nicht, habe ich gerade 10. Jetzt hier bisschen schneller zuschlagen. Wave 48. So, jetzt geht's ab, Wave 49 kommt. Sehr viele Keramik Dinger, aber es geht. Wir kommen klar. Der Gunner, der Glugunner macht hier einen super Job. Auch bei den vielen Herzen, da kommt nichts durch. So, Wave 50, die letzte Runde. Upgraden wir Desta. Und Desta, der soll wieder auf den stärksten gehen. Kein Problem so weit, da wird alles weggeschossen. Und geschafft Leute. Ich würde sogar sagen, das ist ein Rekord, was wir da produziert haben. Wird wohl ein sehr kurzer Part werden. Ich weiß jetzt nicht wie lange. Aber ein kurzes Partchen, aber es kommt ja eh noch eine Folge. Oder es ist die zweite heute. Ich weiß natürlich nicht wie ich das einstelle. Aber ich hoffe es hat euch trotzdem Spaß gemacht zuzusehen. Eben weil es so schnell war. Vielleicht sogar nennen wir es mal eine Speedy-Folge. Wir machen wieder mal nen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Dannne. Dannne. Wie geht es. Dann PREP Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.